Unser Dorf ist gleich auf der anderen Seite des Ackers. Super. Wohin gehen wir? Siehst du den Hometor? Die Space-Neiland? Ja, ich sehe ihn. Lauf darauf zu. Ja, ich sehe ihn schon. Wie konnten wir das zulassen? Ist jetzt egal, halt dich nur bereit. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Vielen Dank. Wir machen uns zurück. Die Wolves können nicht so weit vorbegringen sein. Und wenn du dich irrst? Die schützen uns. Ja, Eli! Wir werden angegriffen! Das kam vielleicht von dort hinten! Der Kender hat gewinnt. Ja, das ist hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Yara, Mama hat mit ganzem Herzen geglaubt. Ich weiß. Warum ist ihr das dann zugestoßen? Unser Glaube macht uns nicht unsterblich. Verlust lautet an jeder Ecke. Aber unser Glaube führt uns und gibt uns die Kraft, über Verluste hinwegzukommen. Sie führt uns. Das ist die Straße runter. Los, rein. Schnell. Ist das für den Glaube? Besser wäre das. Wir haben gerade wiedergebeten. Wir gehen dir vor. Wir gehen zur Hauptstadt weiter. Nehmt euer Team und säubert die Dörfer bei den Eckern. Leute, wir landen. Wander ich 주세요. Wander ich selber. Wir lassen so viele Leute zurück. Ich kann mir nicht helfen. Ich weiß. Bleib mal bei mir. Okay. Oh Gott. Wir müssen von der Straße runter. Werfen? Abbie. Hier lang. Wo treffen wir uns mit Eidex zurück? Lügen beim alten Kumpflug. Es ist nicht weiter in den Kumpflug. Was ist der Hauptstadt? Eidex von der Kumpflug. Bravo, Trenz und Kampflug. Ja, weil das alles fordert. Bewegung! Können wir die umgehen? Ja. Wir gehen woanders lang. Gasse auf der anderen Seite. Los. Wir sind nicht in Kumpflug. Erwie, wir brauchen deine Hilfe. Na komm. Sind die Wursch noch in der Nähe? Ich weiß nicht. Geh einfach weiter. Ich weiß nicht. Yara. Hier landen. Ab eine! Yara! Abby? Ah! Yara! Yara, steh auf! Schüsse! Na los! Yara, bitte! Lässe, müssen weg! Nein! Nellos! Ich seh jemanden! Ich kaste sie nicht hier! Zurück! Lass sie weg! Los! Oh Scheiße! Das ist Erby! Ich sagte zurück! Zurück! Isaac! Was zur Hölle machst du? Lass mich das erklären! Was ist da hinter dir? Mein Lebensretter! Geh aus dem Weg, wir klären das zu Hause! Er gehört nicht zu denen, bitte! Abby, weg da! Verdammt, er ist nur ein Kind! Eins! Du hast drei Sekunden, um von dem Ska wegzugehen. Eins! Willst du mich wirklich erschießen? Zwei! Ich werd nicht weggehen! Nein! Zur Hölle! Erschließ dich! Nicht entkommen! Leif! Wir müssen weg! Sie ist tot! Oh mein Gott, sie ist tot! Leif! Komm schon! Das waren deine scheiß Leute! Hey, ich bin auf deiner Seite! Bitte! Hör zu! Wir müssen uns hier herauskämpfen, okay? Und dann musst du uns zu diesen Boten führen! Wir lassen uns nicht aufhalten! Ja? Okay! 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 Mir nach! Boah! Ich hab' alles was ich brauche! Oh! Ich... Abby? Komm schon raus, Abby. Bringen wir es hinter uns. Die Stampe ist lange. So, fertig, raus. Okay. 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 Ausgerechnet Abby. Oh, den Danny um. Jetzt das. Das ist ein Schiff.